In unserem Tipp-Klick präsentieren wir euch heute die Seite hartplatzhelden.de. Dieses Videoportal richtet sich an all die Fußballkünstler aus den Amateur-Ligen Deutschlands. Woche für Woche bringen sie auf den Fußballplätzen ihre Leistungen. Hartplatzhelden.de gibt ihnen die Möglichkeit, ihre schönsten Aktionen mit einer breiten Öffentlichkeit zu teilen. Im Prinzip funktioniert das Ganze wie andere Seiten dieser Art auch. Man kann sich Videos von anderen Usern ansehen. Und sofern man angemeldet ist, auch selber Videos auf die Seite stellen. Das Projekt hat bereits viele prominente Unterstützer aus Sport und Medien gefunden, welche auch regelmäßig die besten Videos bewerten und den Hartplatzheld des Monats oder des Jahres kürt. Im Laufe der Zeit hat sich so eine große Community entwickelt. Derzeit tauschen über 500 Mitglieder Nachrichten und Neuigkeiten über ihre persönlichen Profile aus. Natürlich gibt es auf der Seite noch das ein oder andere Feature mehr. Wir empfehlen, einfach mal reinklicken und selbst entdecken. Bis zum nächsten Mal.